Hallo, Sie müssen der Maler sein. Die Natascha hat mich geschickt, wir hatten hier noch von jetzt. Ja, natürlich. Malerei, geradezu naive Malerei, hat nichts mit Naivität zu tun. Es ist ein Krach, die von innen kommt, die man von innen benutzt, um sich nach außen zu kehren. Darum male ich jetzt zum Beispiel dieses Bild. Ich bin auch nicht naive, auch wenn ich so wirke. Oh Natascha, der hat mir richtig eins gemacht. Ich habe mir das schon gedacht, Jessie, aber ich dachte mir, wenn du diese Kontraste siehst, wieder mal eine Linksvariante und eine Rechtsvariante, dann kommst du in deine Mitte.